Alle Batterien voll im Feuer Oh man Das wird ein kurzes Fein diese Stimme ne, alle Batterien ein Feuer ne, das ist das... Das ist das so schön, oder? Das ist doch schön Du kannst noch rein joinen, aber denk dran, du hast nur D1X, das dauert ein bisschen Die sind 18 Leute Feuer frei Alter, wenn ihr... Die Granate hingeworfen Ich aus der See Man schalte meinen LB-Tasse spinnen ab und zu doch noch Ist das hier mit dem Schub eigentlich? Ne, ist alles Darf ich den ersten Helden haben? Ah lol, es stehen so viele Leute am Spuren, einfach so nichts machen, Mann Das sehen wir noch sehen Noch bin ich erster Wer ist erster? Wer ist erster? Wer boostet sich mit dem Offizier? Wer boostet sich mit dem Offizier? Wer boostet sich mit dem Offizier? Ja, Volker, wer boostet sich mit dem Offizier? Ich hasse solche Leute Alles fürs Team, Jungs Hier, guck mal, ich bin der Supporter Ich Supporter und muss sich sowas hören hier erstmal Tolle, tolle Kameraden hier Verpisst euch ein bisschen Hier, hier, der da oben Da, da, der da Hier, ich hab auch 50 Punkte, Mann Ich bin richtig pro, Alter Da hab ich jetzt die Granate falsch geworfen Ich hab's gemerkt, ich muss an mir vorbei Ich habe kein Aim Feuer frei! Hier ist das deutsche Vaterland Da oben, dead, hinter uns, Kontakt Ach, dann hat das Kreuzfeuer, Jungs Ach, dann hat das Kreuzfeuer, Jungs Oh, wir gehen Dann ist er wie Pro, ey Die Flanke Hier habt ihr boost? Hier noch ein Boost Das B vorpushen Das B vorpushen B auf B auf B alle, alle auf B Auf B, A Auf B, A Hahahaha Jetzt fällt sich viel zur Fahrung hier raus Oh, da sind ganz viele Äh, für das Feuer! Ach, du Scheiße! Sind alle dood Oh, hier Oh, hier So, respawn, schön Oh, okay Boah, hättest du nicht kurz warten können Oh, mein Gott, bei dir ist Spawn, ey Nee Nein, ich hab übelst die Brake Bei mir im Team, Mann Nein, nein Oh This will bring a quick end This will bring a quick end To the fans Cheaper ZACK 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 Ich bin hier auf den Köpfen Lord, Händchen, warte, warte, ich bin bei den Sworn, danke Ah, ich bin dead, Jungs, ich bin dead Ich bin erst drinnen Ja, mein Voll, ich wollte auch Und egal Alter, wie schnell ist Palpatine, Mann Ich bin so ne Arme Ab zu Alpha, Jungs Ab zu Alpha Ich folge unauffällig Na Alpha, wie sie das beim Sipfelpümpfer Mach Asche Leck mich, Erste Ordnung Hier entsteht ein neues Imperium Häh eh 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 Ohja ReIn ReIiiinn Reiin B wird eingenommen. Ich bin jetzt an einem vorbei. Ich bin jetzt an einem vorbeilaufen. Admiral Dubs aus zu rennen. In Skorbar, guck mal nach. Alle sind erstmal GR, die ersten vier. Nein! Warte! Zünden und rennen! Na klar! Oh, sind zu viele! Ah, ich könnte sich da entsetzen. Aber Kettensitz da! Oh ja, das ist ein Kettensitz. Entschuldigen Sie! Okay, sind alle alle verreckt. Brennen Sie nieder, Chaos! Brennen Sie nieder! Brennen Verräter! Wir werden erschossen! Ich wollte doch kein Nazi mit dem Flammeerver sein. Ich aber... Boah, da sind so viele bei C. Boah, echt sind das viele? Der halbe Gang ist voll. Wo? Bei C, der halbe Gang ist voll. Welcher, welcher, welcher Gang, welcher Gang? Links der Gang, C. Boah, wie schwer den Kettenblitz! Wo denn? Unten? Wir sind dead, oder? Ah, warte! Ihr seid alle grün, ich kann euch nicht untereinander halten! Nein, ich habe nichts! Du willst nie verweck von uns! Ich nicht! Ich nicht! Oh Gott! Hadou Ray! Was ist das hier, Alter, für ein MG-Futzi? Raus mit dir! Oh mein Gott! So, stand! Macht die Leute hinter mir! Oh ja! 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 Das sagst du glaube ich nicht, aber das willst du mal, wa? Das ist richtig! Rae ist hier! Rae ist hier! Rae ist geil, Volker muss sterben! Oh! So nice! Dann Ball! Junge, sag mal rae ist geil! Wo ist sie? Wo ist sie? Sechst du es aus? Bei Bertha! Lass uns sie holen! Ich hol jetzt extra die Waffe dafür, vom Spezialisten! Um nur sie zu ärgern! So hier! Komm auf zu A! Ich spüre es! Ich spüre es! Dass die alle bei A spawnen! Ich spüre es in meinen Fingern! Rein da! rein da Oh ja! Oh ja! Oh ja! You cannot imagine Kettenblitz! Kettenblitz! Kettenblitz rein und das Leben ist fein Und ich diese Düse-Düse-Düse im Sauselschritt Bring den Pelpie mit Auf meinen Empirit Ha ha ha! Geht! Oh mein Gott! Wir dürfen nicht einen Punkt haben! C! Schauli! So, jetzt gehe ich hier Wo bist du denn? Steven, da! Wollen wir bei dir? Ah, im Schritt weiter! Lufttuppler! Lufttuppler! Wo kann ich zu dir? Oben nicht! Ich bin hier oben! Mir gefällt das nicht! Halt dein Maul, ey! Oh nein, sonst kriegt er nicht lehlen I need some support hier! I am on my way! Alpha! I need support bei Alpha! Alter, sind da viele! Schafft ihr das bei Bill? Sind da viele bei A! Nein! Kettenblitz! Guck nicht in den Chat, war ich nicht! Hehehe! Finn! Da ist ein Finn! Kommt runter! Marschallah! So, Nahkampf gegen Finn! Ich krieg irgendwie kein haptisches Feedback! Wo ist Ray? Hey! Ah! Agaporn irgendwo! Ah, hier ist ein paar! Ah, ja! Bei mir ist Ray! Junge! Wie viele! Ich hab ein paar Überlebende gestunnt! Ich hab ein paar Überlebende gestunnt! Jo, ich krieg gar keine Kill-Sounds mehr, ne? Ja, ich auch nicht! Wurde doch nicht mal irgendwie, sonst ist das Controller mal vibriert! Ja, ja! Gut, das hab ich eh ausgeschaltet, aber... Wir kontrollieren hier bloß den Sektor, wir kontrollieren hier alles! Nein, nein, hör auf die Schiene! Nicht geboren! Ja, da, 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 da! Digga, wir tun die aus Spornchen oder so oder so! Lass die Spornfunzen, Jungs! Wär nix sagen, aber guckt mal auf Score-Bot und vergleicht mich mal mit euch! Hahaha, scheiße! Wow! Ekelhaft, Alter! Ich lebe doch gleich direkt die Party mit so weitergehen! Hahaha! Junge, die haben nicht mal ein Prozent! Die nehmen einfach mal alles! Ja, einfach mal alles! Die haben nicht ein... Oh, mein Gott! Wurde mal an der Black 88, Junge! Die haben nicht ein Prozent! Das ist echt heftig! Ah, es klingt... Oh Gott, Spacker! Wo ist denn der, Pisser? Brrrrrrrr! Hier drinne, hier drinne, hier drinne! Egal, es ist krassig, ne? Ihr schwippt ja so viel, wie ich grad bei COD, ja! Digga, ich hab 95 Kills! Die sind bei B, die nehmen glaube ich einen Punkt ein, ne? Oh shit! Ich geh zu B! Kettenblitz ist bereit! Hä, ich hab nen Kill bekommen! Ja, ich hab auch einen, was du killst! Nix! Oh Gott! Klapp! Achuta! Das fühlts leicht vorbei! Ey! Ich werd nix sagen, aber bei B...! Das fühlts vorbei! Oh, meine GEND! Bei B! Ich hab Gottesücht-Dinger! Ciao! Die sindь 850. Oh, wie ist Erde weggeflut! Junge, ich krieg auf einmal random Kill-Sounds. Hä? Ja, das ist wahrscheinlich... Kriegen wir jetzt noch in so'n Kampfschiff rein, ja. Hä? Ja, klar. Das kommt nicht. Geil. Guck, wo sie sind. Wo spawnen sie? Wo kommt ne Held? Genau in die Richtung, da ist ne Held. Red! TZ, Madame. Was? Nicht ready? Na, 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 na. Wo sind die denn alle? Die wollen alle zu dem Transporter. Na, wir müssen ja zu dem Transporter. Ah, die wollen spuren können. Aber wir potzen die ja schon weg, weil die einfach nur dorthin bleiben. Ich hab seit zwei Minuten keinen mehr gesehen. Wo ist Ray? Hier ist Ray. Hier ist Ray. Hä, jetzt hab ich irgendeinen Messie-Typ-Licke. Tschüss, Ray. Ja, schön. Nett, Junge. Einstellungen beendet. Ich will aber noch mal kommen. Wie komm ich jetzt auf den Board? Na, gar nicht mehr. Ja, ist vorbei. Ja. Ging einfach nicht. Was fasziniert? Der Körper ist in Camp. Der Max-Typ im Gegner-Team. Er hat Bock, ey. Tut ihm schon leid, ne? Also wenn du's nicht aufs Gym schaffst, wirst du instant rausgekriegt, dass du das Spiel und wirst für drei Jahre blockiert. Haben wir Spiel gewonnen, oder? Egal. Jetzt geht's noch weiter. Jetzt geht's noch weiter. Zweite Count erstellen. Ich hab bei mir einen schrotten Bildschirm und... Da kommt jemand vor. Da kommt jemand in meiner Hand vor. Da kommt jemand in meiner Hand. Da kommt jemand in meiner Hand. Wir werden Transkantel. Tui! 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 Leute gespawned, ja man. Komm hier zum Spawn, komm zum Spawn. Ich komme zum Spawn. Peeke ist auch online. Alle sind online auf einmal hier. Einladen, reinladen, einladen. Was ist denn Peeke gestanden? Oh, BB-8, pass auf. Peeke. Das ist so voll dahinter, Junge. Ja, aber sie spawnen da. CAT BLITZ! Nein, ich bin hier gewesen. Oh, fast bin ich. Wo ist Peeke? Kalt, komm. Mach auf, setz dich, mach auf. Hier, fickt euch. Kommt mal her, hier. Ich will spawnen bei euch. Wir sind bei A. CAT BLITZ! Oh mein Gott. Ich will spawnen. Geklippt, Alter. Scheiße. Wir machen das, die Peach irgendwie, den Spawn, ne? Wiegeee! 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 Geschockt! Er kriegt! Er kriegt! Er hat aber auch diese Map designt, dass die ihn tun hat. Er ist ne... Dämlich, ey. Hör, die steht auf einmal! Hör! Hör durch! Maschallah, geh auf, Typ! Ja! Alter, einmal hier. Guck mal. Und du hast die Elgato nicht an, ne? Nein, aber ich kann... Ich hab... Ich hab sie laufen. Also vielleicht kann ich mit Glück die letzten 15 Minuten aufnehmen. Manchmal kann ich das, aber nicht immer. Bei mir sind viele bei A. Ja, ich komm zu euch. Ja. Da sind bestimmt hier schon kleine Leute zu mir. Oh my god! Die sind die! Die Leute werden von meinem Radar gezackt. Ja, die sind alle weg. Komm hier durch die Tür. Eine Nachricht schreiben. Ich geh. Rale kommt bei mir. Ja, ich bin bei dir. Hike, bist du das? Captain, Alter. Hallo, Rale ist bei mir. Hallo, Rale ist bei mir. Zedrick! Zedrick! Da ist er ja. Komm, Rale! Komm, Rale! Komm, Rale! Komm, Rale! Das ist gut, Isaac. Alter, guck dir das mal an. Guck dir das mal an, ey. Wie das aussieht. Ich glaube, ich bin schon lange nicht mehr so dominiert, Alter. Scheiße. Oh, BB-8. Ja, BB-8. Das ist gut, ey. Oh, hier sind zu viele! Ich geb dir gleich zu viele. Ah, ich bin gleich zählt. Ich bin gleich zählt. Warte, sagst du Bescheid wann. Ich wusste gar nicht, dass es hier im Raum gibt, Alter. Oh mein Gott, tue den. Ich akzeptiere es einfach. Ah, da sind hier zu viele. Ah, da sind noch mehr. Das wird einfach nicht weniger. Ich bin bitte nicht weniger. Ich bin geblendet. Ich sehe nichts. Er hat sich selbst getötet. Er hat sich selbst getötet. Keck, ey. Ey, guck dir mal die Tür an. Das ist überhaupt ein Thema. Jede schießt auf die Tür einfach. Ray ist auch gleich wieder. Ach, da muss ich hinschießen. Ey, ich schieße ganz halt auf die Tür. Oh mein Gott. Hammer. Ja, ja. Ja, wir sind alle erstmal... Erster. Nice. Ja. Vergewaltigung. Easy. Mit 21 Scheiben easy. Längste Kill-Serie? 134. Okay. 37? Warte mal, ich kann glaube ich nochmal. Bye. 3. 2. 2.